Wie Mimi Domspitz. Das ist echt... Ach, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Ihre Schwester macht sich Sorgen um sie. Das war so klar. Was ist denn jetzt wieder? Gib doch einfach zu, dass du sie geil findest. Ja, sie ist ganz hübsch. Na und? Was spielt denn das hier für eine Rolle? Keine. Außer, dass es dir total die Sicht auf die Tatsachen vernebelt. Mach du was du willst. Ich geh da jetzt nochmal hin. Was? Wohin? Zu einer Domspitz. Ja, war ja klar. Viel Spaß. Was ist denn eigentlich los mit dir? Nichts. Was ist denn eigentlich los mit dir? Ja, war ja klar. Danke, danke, danke. Danke, danke. Danke, danke.